Seitdem ist dieser Typ für mich gestorben und ich hoffe, er wird eines Tages eine 0,1%ige Quote haben und er wird obdachlos und er wird arbeitslos und er wird irgendwann verhungern. Das wünsche ich mir so sehr von meinem Herzen. Und dann an diesem Tag, wenn ich ihn draußen vor einem Supermarkt sehe mit einem Schild in der Hand, von wegen so eine kleine Spende, dann klaue ich ihm noch sogar einen Becher, wo sein bisschen Kleingeld drin ist.